Guten Abend, Leuwe Tenja. Ich hab die Gute-Nacht-Geschicht mit Tante Ana. Mein Gott ist Segen, weil er die ganze Nacht, die ganze Nacht, Gott will ich mich bewacht. Tenja, nicht sehr, wie war der Bad-Onze-Geschicht. Ich werde ihn von der Y-Psalm 127 lesen, dem Farsch drohe. Du steht so. 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 Die Erländer können nicht alle mehr Nacht schlucken, wie du steht. Du steht so. Du ruht immer die ganze Nacht, Eva. Und Eva ruht dich. Du steht so. 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 uns verlieren. Heute wird röd angesagt. Heute fängt uns so aus dem Fenster röd zu checken. Heute dort so, als wann heute nicht gehört hat, wo dort kleine melde am frühen dort. Und als dann endlich der steht wird, wo heute hann wohl, dann sticht der Pinnig und der Kutsche röd. Und jetzt war ich. Jo, aber dort wo dort kleine melde am frühen dort. Dort läuft am nicht mehr los. Heute fängt an eine Bibel zu studieren. Heute lest alles von Jesus in der Bibel. Und haben wir dort sehr interessanten, am Wort dort immer wichtiger und wichtiger. Heute wundert sich, wöfel Reinhheit, wöfel Kraft und Hoheit, und dort bürgben lag. Jo, heute wundert sich auch über die Person Jesus Christus. Und heute fängt uns so aus dem Jesus zu gleichen. Die kleine Christiane, die wird eine Schöne auch sehr fleißig. Aus dem ist auch eine Schöne zu gehen. Dann gehen wir dort noch besser aus sonst. So soll euch so aus ein leren. Einmal, dann doi die Lera ever allmacht Gottes vertellen. Und dann seht du, dass du tjeft nüchst, wot Gott nicht sagen kon. Und dann seht die den Farsch noch dote. Die Hüren von dem Herrn, die tjeft nerof ab alle Uts. Die tjeft nüchst, 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 kon von sien Hüren verborgen worden. Christiane, die hoist sich des Farsch an, dann hoift sie den Hohnd ab. Jo, Christiane, wot 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 seien? früchte Lira. Herr Lira, ich wot blöss seien, da tjeft doch noch wot, wot gott nüchst sien kon. Uuh, wot es tot dann, früchte Lira so interessiert. Christiane seht, gott kon, des tjeft blöd von Jesus Christus nüchm mo an se Sinden sien. Uuh, seht Lira, du hast wert lich ne gode woer het gesaicht, det stemmt, an se Sinden, de woer des blöd Jesus gons ausgelöscht. So, dot wie tjehnen on nehm, dot sienf gott, de volda in Himmel, de Sinden nich mo so in det. De chrisjane, de künnse mon chit glücket sein, en voet je vod? Os de mutter oimel den berühmten Dichter wat atrafen doit, dan si se de Dichter te ar. june dochter, de haf mit dem weis nem Himmel gewesen, en et wo en Himmel, en Ewigkeit, wo reit ar danken doit. Es doit nich schoen? Doi oimfache früha wo de klinne Christiane dem Dichter gestalt hoit. Doi früha ho dem do tauf hiet do do ne Jesus seken doit. En ho haf dem kifung. Ho kon dem os nehm en se ho doi nu gans gröte früha en früha en horten. En lo v tjönt ve es tot met di des du ook do ondre menschen van Jesus vertalen? Jo tjönt ja de zel en mül van gott zel se mon ond tjönt haf ondre menschen dem weis nem Himmel gewesen. Nu wer vi noch beten. Voda vi danken di dot et cjönt onje guv gottes es en dot et kliene mensch jes al füren himmel reit schoven cjönt jo du kost ins brücken dot et cjönt do ondre menschen van di vertalen. Halb du dot jida cjönt wo di liebhaft og tjöre ondre davon vertalen kon. Amen es ist nicht von es gekommen Gott hat es gemacht jes blube jes leckchen hat er aus gedacht auch die bunten schmetterlinge jes kreferlein und im bach wie kieselsteine machte Gott an det wird tjöner ondacht i tot bürk den ihrer ist das himmelreich von jost müller bohn gute nacht gute nacht gute nacht in großen schäfer unter lucht geflacht h her Untertitelung des ZDF, 2020